Euresgleichen ist hier nur geduldet. Nichts mehr. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ohne Triss wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wenn ihr lügt, sollt ihr meine andere, nicht so sanftmütige Seite kennenlernen. Ah, was führt euch hierher? Diese Hexe versucht, einen meiner Patienten zu entführen. Alvin. Was versteht diese Vettel schon von Kindererziehung? Wo doch jeder weiß, dass sie nie eigene haben kann. Ich will nicht, dass sie das Kind in ihre dreckigen Pfoten bekommt. Der Teufel allein weiß, was sie damit anstellen will. Erklärt ihr, dass Alvin bei mir bleibt. Es wäre viel leichter, wenn ihr zwei euch einfach einigen würdet. Leicht oder nicht. Ihr kennt sie besser. Bitte bringt Alvin zu mir. Also gut. Gebt mir einen Kuss. Gebt mir einen Kuss. Gebt mir einen Kuss. Gebt mir einen Kuss. Gebt mir meine Absolutely. Gebt mir einen Kuss. Gebt mir einen Kuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist alles gut, Geralt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nichts macht einen glücklicher als ein gutes Geschäft. Wählerrad ist jüngst ganz grau geworden. Ihr habt, habt ihr gehört, was für Preise sie verlangen? Ein gutes Geschäft. Was sollte ich hier mitbringen? Nichts. Ah, die Dienst der Krone. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Ich habe gehört, ihr seid ein Freund dieser schönen Zauberin. Das sind schreckliche Zeiten. Ich bin wütend. Bis morgen. Und was ist das? Nichts macht einen glücklicher als ein gutes Geschäft. Ich bin wütend. 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 Ein Hexer, versteckt eure Frauen. Ich habe gehört, ein Hexer soll den Fluch der Striege von Prinzessin Adda genommen haben. Mein Bruder hat seinen gesamten Besitz im Orden gespendet, um Ritter zu werden. Ich bin ja so stolz. Was sollte ich hier mitbringen? Was für ein Bisschen. Ich bin ja so stolz. Ich weiß. Ich weiß. Trag ihr diese Schwerter nur, um anzugeben? Noch ein neues Gesicht? Stammgäste scheinen das Lokal weiter zu empfehlen. Dieses Geschäft wird immer gefährlicher. Ich will nicht im Knast versauern. Der Knast ist nicht schlimm. Seid ihr ein Verbrecher? Dieser Ort ist für anständige Leute. Ich fürchte das Kriegsrecht. Vielleicht droht mir die Todesstrafe. Mit Bestechung kommt ihr nicht weiter? Die Soldaten werden immer gieriger und frecher. Der Wirt des Neunara-Kord sagt das Gleiche. Da ist was im Gange. Ich hoffe, ich bin weit weg, wenn der Sturm aufkommt. Wie kann ich helfen? Ist das euer Laden? Ich bin nur Pächter. Die Anteilseigner wollen anonym bleiben. Wer sind sie? Ich bin die personifizierte Diskretion. Ich auch. Stellt weiter solche Fragen und ihr erzürnt eine große Organisation. Salamandra? Hinaus! Sofort! Ich bin nichts gegen die Ahnung. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das ist. Raus jetzt, sonst rufe ich die Jungs Ich liebe den Geruch von Fisch 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 Papa hat mir verboten mich mit Künstlern und Hexern abzugeben Ich liebe den Geruch von Fisch 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 Warum haben Sie das Kriegsrecht nur in diesem Distrikt verhängt? Ich liebe den Geruch von Fisch Was für ein Unsinn Was führt euch hierher? Ich liebe den Geruch von Fisch 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 Ich liebe den Geruch von Fisch